Musik Schön, dass du mit mir gemeinsam rechnest. Diesmal zeige ich dir das schriftliche Dividieren durch gemischte Zehner. Meine Rechnung lautet 894 dividiert durch 41. Wie viele 41er haben in 894 Platz? 41 hat in 8 keinen Platz. Also nehme ich mir 89. Wie viele 41er haben in 89 Platz? Oder einfacher? Ich denke mir bei beiden Zahlen eine Ziffer weg. Wie viele 4er sind in 8? 2 Die Probe 2 mal 1 ist 2. 2 mal 4 ist 8. Ich rechne mir den Unterschied aus. Ich subtrahiere. Was bleibt mir noch übrig? 2 und wie viel ist 9? 7. 8 und wie viel ist 8? 0. Nächste Stelle 4 herab. Wie viele 41er sind in 74? Ich denke mir wieder überall eine Ziffer weg. Wie viele 4er sind in 7? 1. Probe. 1 mal 1 ist 1. 1 mal 4 ist 4. 4. Ich berechne den Unterschied. Ich subtrahiere. 1 und wie viel ist 4? 3. 4 und wie viel ist 7? Auch 3. 894 dividiert durch 41 ist 21, Rest 33. Probieren wir noch eine zweite Rechnung. Meine Rechnung lautet 578 dividiert durch 23. Wie viele 23er haben in 578 Platz? 23 hat in 5 keinen Platz, also nehme ich mir 57. Wie viele 23er haben in 57 Platz? Oder einfacher, ich denke mir bei beiden Zahlen wieder eine Ziffer weg. Wie viele 2er sind in 5? 2. Die Probe. 2 mal 3 ist 6. 2 mal 2 ist 4. Ich rechne mir wieder den Unterschied aus. Ich subtrahiere. 6 und wie viel ist 7? 1. 4. 4 und wie viel ist 5? 1. Nächste Stelle 8 herab. Wie viele 23er sind in 118? Oder ich denke mir wieder mal eine Ziffer weg. Wie viele 2er sind in 11? 5. 5 mal 3 ist 15. 5 an. Den Zehner schreibe ich zur nächsten Stelle. 5 mal 2 ist 10. Und 1 dazu ist 11. Ich berechne ich berechne den Unterschied. Ich subtrahiere. 5 und wie viel ist 8? 3. 1 und wie viel ist 1? 0. 1 und wie viel ist 1? wieder 0. 578 dividiert durch 23 ist 25. Rest 3. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bis bald. Bis bald.